Sei Gott in Ewigkeit. Was für einen fröhlichen Tag, Fest des heiligen Apostels. Markus, der Gründer unserer koptischen Kirche, der Evangelist und der Apostel und diese tolle Gemeinschaft in dieser heutigen Liturgie mit euch und auch vor allem mit Abuna Bigol und Abuna Braham. Abuna Bigol und Abuna Braham sind einfach, sie bestehen vollkommen hundertprozentig aus Liebe, die geht auf zwei Beinen. Diese Liebe ist wirklich großartig und diese Liebe ist die einzige Garantie, die diese eure Gemeinde auch in Frieden immer bewahren kann. Bewahrt diese Liebe untereinander. Ich rede zwei, drei Minuten über den heiligen Apostel Markus. Das ist sein Fest und wir müssen über ihn oder von ihm etwas reden. Er hat uns im Glauben an Jesus Christus geboren. Also er gilt als unser aller Vater, ist der Vater der Kopten in der ganzen Welt. Ich erinnere mich, als wir einmal in einem Ausflug mit der Kirche in Venedig waren und dort gibt es seine Reliquien und dort muss man ein Ticket kaufen, damit man diese Reliquien besuchen kann. Und dann war ich so irgendwie außer mich. Ich sagte, man bezahlt nicht, um seinen Vater zu besuchen. Das ist unfair. Und sie haben uns einfach, Gott sei Dank, gratis reingelassen. Der heilige Apostel Markus ist in Libyen, in Nordafrika geboren. Von zwei jüdischen Eltern, Aristobulus und Maria. Sie waren so gottesfürchtige Menschen und sie waren auch so reich. Aber sie hatten ein großes Problem. Sozusagen eine Katastrophe im irdischen Sinn. Barbaren haben einfach ihren Besitz und alles attackiert und haben alles weggenommen und sie lassen sie am Boden. Sie haben gar nichts. Im irdischen Sinn war das eine Katastrophe. Aber von oben, das war ganz anders. Sie mussten nochmal nach ihrem Heimat reisen, also Israel. Und das war ganz genau die Zeit, als Jesus Christus seinen Dienst angefangen hat. Und dann kam Markus, der damals ein junger Mann war, mit Jesus Christus in Kontakt gekommen. Jesus Christus zum ersten Mal gehört und alles mitgefolgt. Er schrieb auch selber in seinem Evangelium, als Jesus im Getzmane festgenommen war. Die Soldaten damals versuchten, einen jungen Mann als Gefangenen zu nehmen. Dann ist er weggeflohen. Und alle Bibelausleger oder so sagen, das war er. Also er ist der Einzige, der diese Geschichte erwähnt hat. Also er redete von sich selbst, aber ohne seinen Namen zu erwähnen. Und deswegen hat er uns die frohe Botschaft geschrieben. Die Bibelwissenschaftler sind auch einig, dass das Evangelium nach dem Apostel Markus ist der älteste unter allen vier Evangelien. Also das war ihm ein großes Anliegen, die frohe Botschaft zu schreiben, damit alle Leute diese frohe Botschaft kennen. Gott liebt uns. Gott ist Mensch geworden. Gott ist da. Gott lädt uns alle ein, sein Reich zu ererben. Nicht nur das. Also er hat in vielen Ländern verkündigt, nicht nur bei uns in Ägypten. Er hat auch in Libyen sein Geburtsland sozusagen. Er hat auch dem Apostel Petrus geholfen in seinem Dienst, aber auch dem Apostel Paulus. Also kann man sagen, er war ein ökumenischer Missionar. In Rom hat er missioniert, in Kleinasien hat er missioniert, in Libyen, in Ägypten. Ein, ja, einer, der also einfach die Liebe Gottes in allen Orten bringen wollte. In Ägypten ist er gekommen, so laut der Geschichte in den 60er Jahren nach Christus. Und so angefangen von Alexandrien hat er über Jesus Christus geredet. Und die erste Familie, die in Ägypten, also die frohe Botschaft der Christi angenommen hat, war die Familie von Inianus, der Schuhmacher, mit dem der heilige Apostel Markus ein Wunder vollbracht hat und taufte ihn und seine ganze Familie. Und später ist Inianus der Bischof Nummer zwei von Alexandria oder der zweite Patriarch der koptischen Kirche. Der heilige Apostel Markus schrieb auch eine Liturgie, schrieb auch eine Liturgie, einen liturgischen Text, den wir immer noch in der koptischen Kirche haben. unter dem Namen zur Liturgie des heiligen Kirillus. Das stammt ursprünglich von dem heiligen Apostel Markus und der heilige Kirillus, der Patriarch Nummer 24, der lebte im fünften Jahrhundert, hat diese Liturgie überarbeitet und Sachen hinzugefügt und deswegen also ist sie auch nach ihm genannt. Also kann man sagen, der Vater hat seinem Sohn eine Liturgie geschenkt. Eine Liturgie geschenkt, ja. Eine Liturgiebuch vielleicht schenken, können wir auch schenken. Okay, Missionieren des Apostels Markus war nicht auch der einzige Faktor in der Entstehung der koptischen Kirche. Es gab auch den Besuch der heiligen Familie, auch vorher. Ein hervorragender Besuch, den wir auch feiern am 1. Juni jedes Jahr, 24. Baschanz nach dem koptischen Kalender. Aber es gab auch eine Prophezeiung, die so ganz alt in der Bibel geschrieben steht, im Buch Jesaja, Kapitel 19 und Vers Nummer 19. Unvergesslich. Jeder Kopte soll diese Bibelstelle einfach in Achtung nehmen. Okay. Jesaja 19, 19. An jenem Tag wird es einen Altar für Gott mitten im Land Ägypten geben. Also damals gab es gar keine Altäre für Gott in Ägypten. Es gab nur den Tempel in Jerusalem und keinen anderen Altar für Gott. Deswegen gilt das ganz deutlich als eine Prophezeiung über den Altar Gottes mitten im Land Ägypten. Und aus diesem Altar sind so viele Altäre geboren im ganzen Land Ägypten und auch in der Diaspora. Jetzt finden wir die koptische Kirche in ca. 60 Ländern der Welt. Zum Beispiel Deutschland. Unser geliebtes Deutschland. Noch etwas hat der Apostel Markus gemacht. Er kümmerte sich auch um die Lehre. Dann hat er die allererste theologische Hochschule der Welt in Alexandrien gegründet. Und die Absolventen dieser Schule haben sehr geholfen bei der Verteidigung, aber auch Erklärung des Glaubens. Zum Beispiel der heilige Athanasius, der Große, der heilige Querellus. Origen, Clemens von Alexandrien, Bentinus, der auch die heilige Schrift in die koptische Sprache übersetzt hat. Sie gelten alle als Absolventen und die kannten auch dieser theologischen Schule in Alexandrien. Hat er auch in Janus als Bischof geweiht, hat er drei Priester geweiht, als er nach Rom reisen wollte, aber auch sieben Diakone. Und sieben Diakone nach dem Beispiel, den er gesehen hat auch und der im Buch Apostelgeschichte beschrieben. Also als die Apostel, die sieben Diakone auch geweiht. Kann man sagen, der heilige Apostel Markus war jemand, der eine Vision hatte und der so alles. Also Evangelium, Liturgie, Bischof, Priester und Diakone, aber auch theologische Schule hat alle Säulen für eine starke Kirche in Ägypten gelegt. Und Gott sei Dank, dass die koptische Kirche, also immer noch den Namen Jesu Christi im Land des Nils preisen kann und preisen darf. Und das gilt laut Sayedna and Badamian als ein Weltwunder, ein achtes Weltwunder. Möge Gott uns alle in diesem heutigen Tag segnen durch seine Führersprache. Und ich freue mich sehr auf jeden Markus und auf jeden Mark und ich sage ihm also alles Gute zum Namenstag. Ehre sei unser Gott in aller Ewigkeit. Amen.